Die Tanki Nummer 74 ist jetzt noch nicht fertig gestimmt. Für die Anne kann sein, dass jetzt der ein oder andere Ton noch knarzt. Die andere Seite, ich finde die ist schön geworden. Ja, gibt noch mal ein Video, wenn sie fertig gestimmt ist. Interesse an einer hat wie immer. Kontakt steht unten drunter und ihr findet mich im Netz auch unter www.stephanstankis.de